Und zugeschaltet ist uns jetzt unser Reporter Thomas Denzel aus Stuttgart. Thomas, man baut nun schon so lange. Es gibt so viele Diskussionen seit vielen, vielen Jahren. Warum wird dann über eine so zentrale Frage wie die Frage ums Geld erst jetzt entschieden? Ja, schlicht weil die Frage, um die wir jetzt konkret sprechen, nicht konkret im Vertrag geregelt ist. Also da steht ja nur, dass bis zu einem maximalen Kostenbetrag von 4,5 Milliarden Euro die Projektpartner gemeinsam bezahlen. Und das Szenario, was wir jetzt erleben, dass es eben doch deutlich teurer wird, das ist da nur mit einem ganz schmalen Satz abgehandelt. Da heißt es, dass für diesen Fall das Land Baden-Württemberg und die Bahn miteinander Gespräche aufnehmen müssen. Die Gespräche haben längst stattgefunden. Ergebnis, das Land Baden-Württemberg sagt, wir zahlen nicht mehr. Das Land Baden-Württemberg ist der Auffassung, dass die Bahn alleinige Bauherrin ist und auch alleine das Kostenrisiko tragen muss. Das heißt, unterm Strich für die Baustelle, vor der wir hier stehen, entstehen 5 Milliarden Euro mehr Kosten. Und trotzdem zeichnet der Vertrag keinen Weg vor, wie es konkret weitergehen soll. Ja, und was sagt die Bahn dazu? Wie argumentiert man dort, dass einem das Geld noch zusteht? Die Bahn sagt, der Vertrag sei ja ursprünglich mal in einem Geiste der gemeinsamen Verantwortung für das Projekt abgeschlossen worden. Und damit müsse man ja auch die Kosten gemeinsam und das Risiko der Kosten gemeinsam tragen. Salopp gesagt, wir haben das gemeinsam angefangen, wir müssen da halt gemeinsam durch. Und konkret mit Blick auf den Vertrag ist eben die Bahn der Meinung, dass diese Verpflichtung zu Gesprächen auch die Verpflichtung zu einer Einigung mit einschließt. Aber da sagen Sie was. Was passiert denn, wenn die Bahn das Geld nicht bekommt? Ist der Bau denn dann gefährdet, wenn Sie jetzt sagen, wir haben das gemeinsam angefangen, wir müssen da gemeinsam durch? Also die Bahn könnte natürlich jetzt sagen, theoretisch könnte sie sagen, die Finanzierung ist jetzt an diesem Punkt unklar. Wir stoppen den Bau vorerst. Das ist ja auch als denkbares Druckmittel durchaus probat. Aber danach sieht es überhaupt nicht aus. Die Bahn sagt immer, wir wollen weiterbauen. Die Bahn sagt, wir glauben an dieses Projekt. Und ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass ein Baustopp höhere Baukosten bedeuten würde. Also weitere Steigerung der Kosten, die möchte die Bahn vermutlich vermeiden. Also das alles zusammengenommen wird die Bahn die Mehrkosten erstmal vorstrecken müssen. Da wird jetzt die ganze Zeit ums Geld verhandelt. Was bedeutet denn der Ausgang dieses Streits für denjenigen, der es bezahlen muss, nämlich für den Steuerzahler? Ja, am Ende wird es keinen großen Unterschied machen. Denn wenn wir schauen, wer da streitet, da streitet die Bahn, die ist ein Staatskonzern. Auf der anderen Seite stehen Institutionen wie das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart. Das heißt Szenario 1, die Bahn muss alles alleine bezahlen an Mehrkosten. Dann kommt dieses Geld aus der Steuerkasse des Bundes. Wenn alle Partner gemeinsam bezahlen, dann kommt mehr Geld oder eben ein Anteil aus Baden-Württemberg. Es gibt da noch einen anderen Faktor, nämlich je länger vor Gericht gestritten wird, desto höher fallen die Anwaltskosten aus. Und natürlich werden auch die von den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen bezahlt. Aber das sind dann Beträge, die jedenfalls verglichen mit den Milliarden Gesamtkosten nicht so stark ins Gewicht fallen werden. Nun sind wir ja vom Projekt Stuttgart 21 schon gewöhnt, dass es immer etwas länger dauern kann. Aber vielleicht wagen wir doch mal eine zeitliche Analyse. Bis wann ist denn mit einem Urteil da zu rechnen? Also der Plan für das Projekt wird fertig im Dezember 2025. Die Gerichtsverhandlung, der Streit vor Gericht, der könnte durchaus sehr lange dauern. Heute geht es erst mal um die Auseinandersetzung mit dem Land Baden-Württemberg. Das sind alleine schon mal tausende von Seiten Akten. Es ist aber so, dass es auch Klagen gegen alle anderen Projektpartner gibt. Die müssen auch noch durchgearbeitet werden. Und am Ende können wir, glaube ich, davon ausgehen, wenn es ein Urteil hier in Stuttgart gibt, dass dann jemand in die nächste Instanz gehen will. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass die Züge tatsächlich schon fahren und dass der juristische Streit noch läuft. Aber das natürlich nur vorausgesetzt, dass die Bauzeitplanung für das Projekt nicht, wie schon so oft, noch einmal verlängert werden muss. Der Fortsetzung folgt also in Stuttgart. Das war Thomas Denzel. Dankeschön.